Hallo ihr Lieben! Ja, es geht diesmal um Goldleinöl. Goldleinöl, man sieht es jetzt hier an der Seite, es ist tatsächlich sehr goldenfarben. Ich habe es gerade aus dem Kühlschrank geholt, es ist ein bisschen angeschlagen, ein bisschen beschlagen, aber trotzdem, man kann die Farbe sehr schön erkennen. Goldleinöl findet man bei mir auf der Theke immer ganz weit oben. Ja, wofür nimmt man dieses Öl? Was kann es und wieso gibt es das überhaupt? Goldleinöl ist also nichts anderes als die blonde Züchtung der Leinsamen. Ich habe das jetzt hier mal in dem Glas, genau so sieht es aus und da sind die Bitterstoffe einfach rausgezüchtet und das hat den Vorteil, dass ich mit Goldleinöl ganz, ganz viele Sachen machen kann. Man sieht hier zum Beispiel im Hintergrund einer Eismaschine da, wenn ich veganes Eis herstelle, dann mache ich das mit Goldleinöl. Wenn ich Waffeln herstelle, mache ich das mit Goldleinöl als Ersatz für Butter. Wenn ich einen Tortenboden herstelle oder wenn ich einen Kuchen mache, einen Obstboden, dann mache ich das mit Goldleinöl. Wenn ich ein bisschen Öl in das Mehl hinein mischen will, zum Beispiel beim Pizzateig oder beim Brotbacken, dann mache ich das mit Goldleinöl. Dieses Öl ist also ein wunderbares Öl zum Backen und deswegen, ja man kann es natürlich auch auf die Kartoffeln, auf die Pellkartoffeln machen als wunderbaren Ersatz, aber da würde ich eher so das Leinsamen, äh, Note kommt erst dann, je älter es wird. Das ist sozusagen die, naja, auch ein gewisser Grad an Oxidation. Mein Goldleinöl wird mit Stickstoff abgedeckelt, das heißt hier oben ist nicht Luftdauerstoff, sondern Stickstoff. Das bedeutet, dass mein Öl etwas länger haltbar ist als normal. Ja und in diesem Sinne würde ich sagen, genießt das Öl, probiert es aus, probiert euch damit aus, schaut was es euch mit euch macht und euch gut tut und ganz in dem Sinne, dass Pflanzenölmedizin der Götter wertschätzt ist, denn etwas Besseres gibt es nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Zwei Minuten und 30 sind rum. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Ciao, der Christian.